Ja, da ist er. Der HD2E20. Groht geboren. Er bringt Blumen aus den Wähltalen. Aufnahme. Da ist er jetzt gelandet. HD2E20. Steht doch vor der K&K-Drüttlerei. Technisch voll ausgereift. HD2E20. Da jetzt in der K&K-Drüttlerei in Berndorf zu besichtigen. Der Schrott lebt. 3,130. Bei 200 geht es wieder rauf ins Wähltal. HD2E20. Und jetzt sieht man es nun durch die Auslage. Im Hintergrundspiegel sieht das Theater. Das Kaiser Franz Josef Theater. Da steht der Bommelmann. Und da steht jetzt schon in der Auslage HD2E20. der Blumenbringer aus dem Alp. Da geht einem jetzt viel Leid beobachten. Da steht der Bommelmann. Und da steht der Bommelmann. 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 Da steht der Bommelmann.